Das Buch, diesmal Sprengstoff. Der Vater fragt seinen Sohn nach der Schule, Und Jeremy, was habt ihr heute in Unterricht gemacht? Super, wir haben gelernt, wie man mit Sprengstoff umgeht. Der Vater erstaunt, ihr macht ja wirklich tolle Sachen. Und was macht ihr morgen in der Schule? Jeremy beginnt zu grinsen und sagt, Welche Schule? Das Buch, diesmal Sprengstoff.